Ganozi-Massageöl Mit Palmüll bester Qualität und Gano-Derma-Extrakt ist es ein hervorragendes Mittel für jede Massage. Es enthält nur natürliche Inhaltsstoffe, 70% Palmüll und 30% Gano-Derma-Extrakt. Das Palmüll enthält Trüglöseride und Linulsäure, die die Aufnahme und Verwertung der fast 400 Wirkstoffe von Gano-Derma erleichtern. Es revitalisiert die Muskeln, beseitigt Krämpfe, Muskel- und Gelenkschmerzen. Nährt die Haut und die Haarfollikel, hilft bei der Beseitigung von Hautstörungen und regt das Haarwachstum an. Schützt vor Pilzinfektionen der Haut. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit ist natürlich der darin enthaltene Gano-Derma-Extrakt, dessen Wirkstoffe direkt in die Problemzone aufgenommen werden und entfalten dort ihre Wirkung. Je mehr das Gano-Dermaöl während der Massage in die Haut eingearbeitet wird, desto stärker und schneller ist die Wirkung. Das Geheimnis seiner Wirkung